recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge nr 29 von graveyardkeeper mit den dlcs breaking dead stranger sins game of grown und jetzt das vorgestellte dazu better save soul ja da würde ich sagen nach dem intro schauen wir mal rein was better save soul ist vielleicht können wir das gleich aufschlüsseln dann würde ich sagen bis gleich so da sind wir im spiel kurz sechs bis zwölf stunden soll es dazugeben sozusagen es gibt eine neue area für die arbeitsstätten es gibt neues orig oder so ähnlich heißt das spooky gespenst oder was es auch immer ist und ja so ein paar andere sachen sind auch noch halt dabei aber da werden wir vielleicht mal gleich zwischendurch irgendwas entdecken hier gibt es zum beispiel einen neuen raum der bisher glaube ich noch nicht da war oder sieht aus wie eine gute stelle um mein zuhause etwas gemütlicher zu machen dann höre ich vielleicht endlich auch von diesen schädel zu träumen haushaltsutensivienregal brennende hexe brücke der toten rotauge bischofswahl ok ach da gibt es noch mehr inquisitoren freunde isel der welt vereinigt euch kochtisch verbesserte küchentisch schrank altmodischer schrank ok da gibt es einiges mehr das sieht nach einem teppich aus gewöhnliche teppiche blaue ok da kann man auch ein teppich machen brauchen wir natürlich stoff für trautes heim rotes blumenbrett da sollte es ein beet werden naja gut dann ist das ein blumenbrett halt vielleicht übersetzungsfehler vielleicht nicht immer noch ein bett bett decken in verschiedenen farben ok und hier gewöhnliche wände blauer sturm reifen hat das in tapeten wahrscheinlich oder sowas na ja sehr interessant da war das schon mehr aber man hat ja auch gesehen diesen bereich kann man da weitermachen gut schauen wir mal raus was da gibt schlechtes wetter nebel was hat man letztes mal gemacht also werde letztes mal den fisch besorgt na und da wollte man glaube fischfilets raus machen bestimmt hier geht das weißes fischfilet ok dann machen wir das mal weil das war ja für den bischof oder kardinal weiß ich jetzt nicht mehr wer von denen das ist und hier ist noch mal fischfilet machen ich glaube man braucht ja auch vier oder und da könnte man noch mehr machen weil wir auch viele fische haben wenn ach so da fehlt uns was aber da geht noch was so jetzt das mal gerade checken npcs schlange kaufmann inquisitor ne ich glaube dann ist es der bischof wo sei denn holzfüller dress jorek müller meister ich waren die alle schon da weiß ich jetzt gar nicht habe ich den schon übersehen inquisitor der wollte das brennholz astrologe schepard schepard frau kette kapitän red bauernsohn horadrick horadrick so heißt der leuchtturmwärter wagner dress jörg müller kori meister allerich reswold rosa kloso dies glaube auch neu ja kann das sein ne kann auch nicht sein hm ja dann weiß ich es jetzt auch nicht holen wir wieder fischen die in der zeit gammelig karte mal hier alter friedhof ja gucken wir weiter erstmal halloween ist da angesagt in irgendeiner form aber das ist ja wohl schon vorbei aber überall stehen die kerzen noch da sind noch die möhren also der ist definitiv nicht mehr da blumenbeete grabstätten machen grabstätte machen wir mal dahin das war falsch mit escape können wir schon mal ausgraben oder aber einer auf vorrat sozusagen sieht es nicht toll aus hier ist nichts okay kommen wir schon was neues machen ne da fehlen uns sachen also wir können mal hier runter gehen und dann schauen wir mal es gab ja neuen bereich soll ja neuen bereich geben die neue area ob die hier unten ist weiß ich aber nicht wir können aber mal mal gucken ein bisschen ja oder nee doch nicht hier ist unser autopsie ding gehen bis später ok da ist eine leiche die können wir dann auf den tisch legen so jetzt die autopsie ich glaube blut nehmen ja das fleisch nehmen wir auch jetzt haben wir noch ein rotes jetzt müsste man noch mal wissen was das war ich glaube fett war das was raus muss ich glaube daneben ist auch vorbei ne das war es nicht jetzt ist immer noch ein roter und jetzt mal schon ärzte fusch in der reihe das ist der schädel das hier raus scheinbar nächsten ärzte fusch jetzt gleich da das war gar nichts das war gar nichts da haben wir wieder mal nix hingekriegt naja jetzt ist verkorkst das können wir auch alles machen ne ändert sowieso wahrscheinlich nix mehr jetzt haben wir sogar drei jetzt frischen wir sie auch ganz zu ende ne so alles davon nehmen naja vier toll dann holen wir auch noch ein paar knochen ran jetzt sowieso nehmen wir besser einfügen warte mal kann man das wieder einfügen dann passiert wenn ich fett jetzt bin ich erstmal fertig jetzt muss ich gucken ob ich was zu essen dabei habe sieht nicht so aus doch fisch brachse brachse keine ahnung wie es ausgesprochen wird da ist noch ein grundling ok hier kommen wir jetzt gerade nicht weiter ja doch hier geht's hoch ne fertigen ja gleich haben wir eine da das ist schon klar jetzt müssen wir gerade noch was essen gucken hier haben wir auf jeden fall essenssachen aber ich habe jetzt hier keinen platz um was abzulegen naja ok da brauchen ein einzelplatz das auch kann hier was decken wohl nicht ist das hier karotten schnitzel und hier sofort essen können ok die habe ich eben nicht gesehen so wie wollen wir jetzt doch eine schöne ecke warte mal ich habe ja noch mehr fisch ne ich werde natürlich jetzt gerade auch den ganzen fisch machen können indem ich hier so machen jetzt ist er fertig und dann machen wir jetzt gutes fisch was ist das gutes fischfilet was ist das jede art von arbeit macht dich stärker auch die böse du hast dich an deine dunkle seite gewöhnt und sie lässt sich effektiver erschaffen ja auswählen kann ich hier nix ne da ist die brachse keine ahnung was da jetzt ist das jetzt weg nö was heißt das denn jetzt hier geht wohl nur so da kann ich nicht hoch machen und noch eine man weiß wofür es gut ist ne jetzt habe ich auf jeden fall gutes fischfilet wir sollten aber noch was zu essen haben hier alles nehme ich nicht mit aber 15 können wir schon mal mitnehmen oder jetzt regnet es gut jetzt ist gerade das grüne symbol dran wer ist für das grüne symbol zuständig hier unser freund schlange ist im keller oder wir gehen mal in keller gucken ob schlange vielleicht diesmal mit uns spricht irgendwie war da ja ein fehler aber vielleicht ist es durch das dlc besser geworden können wir mal gucken weiß man natürlich nicht ne gib ihnen den schlüssel schlange kannst du mir helfen ein paar gegenstände zu finden ich kann alles finden was brauchst du ein spiel stolz an ewige lorna kohle und eine salzige gabel komisches zeug wie wieder vielleicht aufgegangen ist aber nicht derzeit an einem wichtigen projekt deswegen habe ich nicht viel zeit aber wenn du mir hilfst helfe ich dir ach Gott jetzt den schlüssel kriege ich trotzdem nicht versuche ihn zu überzeugen mit fünf glauben ja okay da müssen wir noch daran arbeiten das haben wir ja noch nicht fertig was liegt hier drinne okay da haben wir schon mal blut drinne schnellkeitstrank beschleunigungspuder und chaos lösung okay natürlich sehr lange her dass wir hier was hatten stickt und tinte schweins lederhaut schweins lederhaut leeres papier da können wir auch nichts machen ja das packe ich da rein dass es was bringt okay dafür brauche ich glauben um das zu untersuchen aber glauben das gerade alle ne auf jeden fall gut wo geht es hier lang also zu meinem freund hier jetzt können wir noch mehr aufnehmen wieder wieder power dann können wir das gerade zu ende arbeiten jetzt mal das wieder rein gefuscht hat 5 stelle gebracht ja komm dann nimm das fett wieder raus das bringt ja so nix und was hat das jetzt gebracht nix wir haben eine leiche die total scheppig geworden ist okay bringen wir die zum friedhof und bär denken wir die hat ja doch keinen sinn also da mal richtig scheppig arbeit geleistet jetzt das bringt uns gar nix weiter noch statten zuschaufeln ein grab mit minus fünf auf wir haben auch schon minus sechs geschafft okay dann ist ja nicht so schlimm hier hatten wir schon stempel oder bürger königliche siegel königliche dienste ich könnte bauerlaubnis das ist das siegel ach so 50 taler noch okay da wissen wir schon mal was uns blüht wir müssen 50 taler zusammen kriegen kriegen wir die her auf jeden fall müssen wir gerade gucken wir sowas essen so schauen wir mal könnte mehr sein ist aber nicht mehr hier können wir nichts machen die felder sind natürlich auch nicht so toll bestellt der salat ist fertig können wir nichts aufnehmen mehr ne einfach anfertigen klicken dann passt das schon kann ich hier was lassen die samen oh wir haben gebratenes fleisch auch noch hier das gibt auch noch mal energie ne das wollte ich jetzt hier nicht reinpacken das wollte ich eher essen so jetzt haben wir mehr platz jetzt können wir die beiden sachen auch können wir hier ablegen das alles rüber das mit dem fisch ja warte mal nochmal hier und den drauf mitnehmen dann können wir hier mal düngen geht noch was anderes ne ich glaube das ist alles gedüngt kann da sein ok weiß ich jetzt nicht hier sind wir erstmal durch leeres beet können wir basteln ok machen wir gleich drei stück noch dazu und der esel bringt uns schon wieder eine leiche da unten das ist schon wieder schlecht Wasser brauchen wir gerade nicht was haben wir hier drin ah noch mehr sachen hier steckt es auch sehr gut nein das jetzt nicht fleisch können sie alles rüber packen und die knochen auch hier rein rechtmäßiges zertifikat rechtmäßiger bürger ich glaube das war es erst hier ok da ist die leiche angekommen wir haben kein holz können wir das hier drüben weg ja das holz erstmal rüber holen noch was so da haben wir zwei stücke stämme nicht stöcke den kann ich nicht aber den kann ich da gab es nur einen raus der war auch dünner der baum so das haben wir jetzt können wir daraus holz machen ne was haben wir denn alles hier reisenrüstung ist das fertig ne geht jetzt noch nichts aber hier ne dann ist es hier da kann man holzscheite raus machen oder balken ich bin jetzt gerade für balken so komme ich nicht weg was kann ich hier machen ach so daraus hätte ich dann ja sehr schön dann würde ich sagen wollen wir holz scheitern da sind ein paar mehr geworden holz kalde brennholz brennholz so da könnte ich das raus machen ja das wäre jetzt aber verkehrt keramik das ist das mit dem lehm holzplanke kann ich dann machen warte mal das habe ich alles holzreperaturwerkzeug dann machen wir das doch geht das nochmal nein da fehlen die nägel jetzt müssten wir jetzt müssten wir aber ich habe keinen schleifstein oder geht das auch so doch habe ich jetzt müssen wir das wieder scharf machen keine energie mehr ein bisschen was essen das ist wieder scharf alles erstmal so soll erstmal da genug sein hier fehlt uns allerdings material so ist es haben wir hier noch was in der kiste davon ne glas doch da oder ne silbernuggets sind das metallschrott kann ich mit dem metallschrott da was anfangen das wurde doch gerade angezeigt oder vertue ich mich 3 von 10 das reicht nicht da brauchen wir mehr metallschrott ne gut haben wir das erstmal ich glaube das hat man alles schon gemacht ne oder gibt es was neues vielleicht ne so die area habe ich jetzt noch nicht entdeckt die area da war das ja bestimmt nicht können wir hier runter gehen in richtung stadt und gucken ob da noch was ist oben eingang unten eingang mehr war nicht warte wir können da oben nochmal ein stück weiter gehen ne da ist auch erledigt ich glaube wir mussten hier rein um unter dem busch zu kommen ne wird ab in der kneipe einmal vielleicht naja das siegel habe ich nicht weil die kohle fällt äh bestattungsurkunde die kann ich ihm verkaufen 154 und das brennholz bringt nichts ne ich nehme das ganze dann sind wir bei 60 dann können wir viel brennholz machen dann bringt uns aber nichts rohestein ja eigentlich bringt mich das hier nicht weiter ne rotwein rang 3 ok nicht heute ok tinte und papier haben wir das eigentlich schon fertig ne ne gib ihm tinte gib ihm papier frei ja das war es wohl erstmal wo die area ist weiß ich nicht hier unten war die schranke hoch aber ich kriegte einen ach guck die schranke ist wieder unten ich glaub die war ja hoch und wir haben einen gewischt gekriegt oder wie war das ne gut dann gehen wir zurück ich speichere ab und wir werden dann in irgendeinem nächsten Donnerstag Termin dann schauen das war da nochmal reingucken ich bedanke mich auf erstmal ich bedanke mich recht herzlich erstmal bei euch fürs zuschauen würde mich freuen wer das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine überhaupt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt ihr mit welches nächste video hochlader gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao